Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du machst sie groß und Du bist umgeben von ihnen. Du ziehst sie magisch an. Kaum hast Du eins gelöst, wartet ein noch Größeres auf Dich. Und Du machst weiter. Gehst es an. Gehst durch dick und dünn. Frisst Dreck. Und dann für einen kurzen Moment irgendwann bist Du glücklich. Bist stolz. Weil Du spürst, was Du geschafft hast. Weil Du gewachsen bist. Du bist stärker geworden. Und Dein Unternehmen mit Dir. Das gibt Dir die Kraft für alles. Das ist Unternehmer sein. Dein Leben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.